Und jetzt ist es soweit. Hier sind sie, die Eisbären des heutigen Tages. Mitte 72, Schrapp. Die Nummer 35, Markus. Mit den neuen Sven. Die neue Nummer 20, Jens. Mit der Nummer 15, DJ. Die Ereignung 20, Dominik. Mit der Nummer 10, Chris. Die 26, Gloria. Mit der 57, Daniel. Die 24, André. Mit der Nummer 15, Stefan. Die Nummer 4, Mavi. Mit der 62, Tyson. Die neue 13, Chef. Mit der 49, Grinchy. Die Nummer 15, Sandy. Mit der Nummer 15, Darren. Mit der Nummer 15, Darren. Mit der Nummer 15, Steve. Mit der Nummer 15, Dennis. Die Eisbären. 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 Die Wahl von Friesen, die Wahl von Friesen, die Wahl von Friesen! Die Wahl von Friesen, die Wahl von Friesen!